Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gut geht. Ich möchte heute ein Gäste-Trigger-Video machen, einfach weil ich die selber super gerne anschaue und man extrem auf die Geräusche hören muss, also am besten alles andere um abschalten. Am besten ihr schließt auch die Augen, denn ich kann nicht versprechen, dass ich die Trigger mal in die Kamera aus Versehen halte, denn bei mir ist hier nicht so viel Platz. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ach ja, und für all die, die nicht wissen, was Gäste-Trigger heißt, ich habe hier einige Trigger und ihr sollt anhand der Geräusche erraten, um was für Gegenstände es sich handelt. Und das ist schon der erste. Offensichtlich. Kennt jeder, würde ich sagen... Obso jeder verwendet, weiß ich nicht. nicht, aber die meisten denke ich mal. Oh, ich habe hier auch die Hände geholfen. Und habt ihr schon eine Idee, irgendwas zum Aufmachen und mit einer Flussikreine? Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1, es ist Glycerin. Glycerin, Glycerin, Glycerin. Wenn ihr gesagt habt, Mundspüler, ist das auch korrekt? Okay, Trigger Nummer 2. Ich hab mal ein ganzes Video mit diesem Gegenstand. Und ich hab es mit. Und ich hab es mit. Oops. Verwendet jeder aktuell mehrmals am Tag. Sollte man zumindest. Gibt es aber auch noch in einer anderen Form. Ist auch ein wirklich sehr beliebter Trigger. Ja. Ist aber nicht essbar. Kommt ihr schon drauf? Okay. Ich zeig's euch. Es ist die Seife, die zu verwechseln mit der Schokolade, die sich irgendwie ähnlich anhört. Und das sind die Reste von meinem Seitenvideo. Okay. Und dann als nächstes etwas Einfaches. Gehört nicht zu meinem Lieblings Trigger. Eigentlich. Das ist gar nicht so. Ich denke, man kann es eigentlich schon erwarten. Ich finde diesen Trigger ziemlich eindeutig. Das ist der Lipgloss. Das ist wirklich wesentlich. Ich kenne mich nur die Fdah interests. Ja. Das ist nicht so. Das ist irgendwie einuluнибудь Tرا. Okay, als nächstes habe ich das hier. Okay, als nächstes habe ich das hier. Okay, als nächstes habe ich das hier. Und ich werde das hier. Eine Idee. Du könntest etwas eingrenzen. Gebt euch einen Tipp. Es braucht Stoff. Und viel mehr ist er auch nicht mehr. Seid ihr bereit? Es ist ein Handtuch. Drei, zwei, eins. Es ist ein Handtuch. 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 Okay. Es ist ein Handtuch. 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 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 Oh, du so mein toddy Gut, dass ihr eure Aufzuhaben habt. Okay, bereit, 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 bereit. Es ist eine Zitrone. Und falls ihr Orange oder Mandarine oder Klementine oder Limette gesagt habt, ich gebe euch trotzdem Punkte. Denn es hört sich gleich an. Und die Schale ist auch ähnlich. Bei all diesen Früchten, sie unterscheiden sich nur in der Farbe. Würde ich mal behaupten. Oder Pomelo, das kann es auch noch. Okay, dann als nächstes machen wir mal wieder etwas leichteres, was jeder kennt. Also, jetzt machen wir noch eine kleine Maskin. Und dann ist eure Schale ist einfach wirklich. Ihr seid ja und seid ja. Wichtig, tack. Wichtig, das ist eine beiden Ohr. Und es kommt mal weiter? Und jetzt? ich habe dir schon eine Idee im Hintergrund hört man so ein wenig Wackeln das könnte vielleicht ein Tipp sein okay es ist Trommelwirbel eine DVD und ihr müsst nicht gesagt haben eine Blu-Ray von unserer Gärte teils 2 es ist auch auf DVD gereicht oder Schubile kommen wir auch oft vor als in so einer Verpackung übrigens sehr zu empfehlen, ich liebe die Dokus oder allgemein Dokus über die Erde finde ich mega entspannt nicht nur entspannt, mega aufregend zum Teil aber sehr interessant okay, als nächstes okay, dann habe ich hier etwas das bestimmt auch jeder kennt okay 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 diese Sachen stehen im Laden, meistens an der Kasse und die Verpackung ist leer, also nicht irritieren lassen viele Ramsenera in die Tasche, in den Rucksack, im Auto. Einfach überall. Beste Zimmernanteil. Beste Zimmernanteil. Falls Sie jemanden ASMRs damals anschaut, sie ist süchtig danach. Also, ein kleiner Tipp vielleicht. Es ist die Garoumi-Verpackung. Weil es so richtig anders ist. Herzlichen Glückwunsch. Du weißt Bescheid. Okay, ich habe noch vier. Ne, ich mache drei. Machen wir nochmal was hier Einfaches. Ja. Aa renewable. Mhm. Ja. 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 Ja, ja. 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 so müsst ihr es auf jeden Fall erkennen oh mein Gott, meinen Magen können wir die ganze Zeit zwischen heute 10 und 10, das ist einfach meine Frühstückszeit oh mein Gott okay, ich denke ihr habt es alle erraten, oder? falls nicht, müsst ihr doch das ein oder andere lesen, mal ein Video anschauen es ist eine an Buchen Buchen Egelungstechnik Egelungstechnik vom Schweizer Salat vom Springer Verlag okay, mein mildlicher Buchen okay, das ist übrigens ein Modul, was ich dieses Semester habe Egelungstechnik okay, 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 okay habt ihr noch nicht genug ich habe noch zwei Stück nehmen wir mal den hier das ist ein Trigger das ist ein Trigger, den ich auch schon mehrfach in meinen Videos hatte also falls ihr meine Videos anschaut könntet ihr darauf kommen ansonsten verwenden ansonsten verwenden die noch einige andere vom Material her ja könnte man zumindest schon mal darauf kommen hin und ich habe mich noch es ist das ist es ist das ist ... Und habt ihr schon eine Idee? Das hier ist das Außenmaterial. Und da drin ist das hier. Und dafür tut ihr nicht. Aber sie könnte nicht speziell diese, aber solche Liebespände. Na, was sagt ihr? Das ist natürlich eine Kerze. Und jetzt hab ich noch eine richtig schwere, da bin ich mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Okay. 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 Als ich diesen Gegenstand in der Hand gehalten habe, dachte ich mir, das hört sich mega an. Aber ich denke mal, ja, so ein bisschen in die Richtung könnte man zumindest kommen mit einer Idee. Okay. Aber was geht das jetzt? Ja, das ist wirklich zu einfach. Was geht das jetzt an? Darauf kann man vielleicht schon kommen. Das ist, ich sag's einfach mal, ein Weißverschluss gewesen. Hat das hier... Okay, ich zeige es euch. Es ist ein Intuit für eine Festplatte. Ihr könnt doch einfach nur Intuit oder so sagen. Ja, auch richtig. Offenbar gibt's für Brillen auch solche Behälter. Behälter. Mit einem Weißverschluss an der Seite. Okay, ihr Lieben, wir haben's geschafft. Und wie viele hattet ihr richtig? Schreib's mal in die Kommentare. Ich bin ja nicht besonders gut im Raten von Triggern, aber man hört sich sie trotzdem gerne an. Also, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ihr seid jetzt ein wenig entspannt. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder beim neuen Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye.